Witziger Chat geleakt, was geht denn da zwischen Eckart und Let's Dance-Comedian Toni Bauer? Köln, Profitänzerin Ekaterina Leonova, 37, sucht noch immer nach ihren Traumprenzen. Ist sie nun etwa ausgerechnet im Let's Dance-Kosmos fündig geworden? Bei der diesjährigen Staffel des beliebten RTL-Tanzformats konnte Comedian Toni Bauer, 28, die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner witzigen und charmanten Art im Sturm erobern. Und nicht nur die, auch die anderen Let's Dance-Protagonisten haben einen echten Narren an dem 28-Jährigen gefressen, der in diesem Jahr auch erstmals in der Jury von Das Supertalent sitzen wird. Das zumindest deutet ein witziger Chatverlauf zwischen Toni und Eckart an, den die 37-Jährige am Sonntag in ihrer Instagram-Story geteilt hat. Darin antwortet Toni seiner Supertalent-Jury-Kollegin zunächst auf eine Frage, die sie ihrer Community gestellt hatte, nämlich, ob der Let's Dance-Beauty auch eine Bob-Frisur stehen würde. Bob muss wieder her, du siehst unfassbar damit aus, meint Toni, der direkt in die Flirtoffensive geht, dann komme ich angeritten auf einem weißen Pferd und wir reiten in den Sonnenuntergang. Toni Bauer will für Ekaterina Leonova ein weißes Pferd klauen. Anscheinend genau die richtigen Worte für Ekat. Denn die erwidert, ich werde ohnmächtig in deine Hände fallen. Ich bin bereit und warte. Auch, woher das weiße Pferd stammen soll, weiß Toni schon genau, er wolle einfach eines aus dem Streichelzock klauen, oder zur Not einen Esel, wenn nichts anderes da sein sollte. Immerhin würden Frauen doch auf Bad Boys stehen, so der 28-Jährige weiter. Nicht so Ekat, die beteuert, dass sie aus diesem Alter raus sei und nur Good Boys wolle. Doch auch dafür hat Toni einen Plan ausgeheckt, wie er verrät, dann klaue ich das Pferd und lasse mich nicht erwischen. Dann hast du beides.